Ich muss doch sagen, ich weiß bei so Dates auch nie so richtig, was ich anziehen soll. Also, oh, der Schlimmste, was eine Frau zum Date anziehen kann, ist ein Bolero. Kennt ihr diese rückenfreien Jackchen? Hat das jemand im Schrank aufstehen, Seil verlassen? Das ist aber das hässlichste Kleidungsstück, ja? Ist er denn? Du bist bei Tüll und Tränen, das sagen sie immer. Du Chantal, wenn du dich unwohl fühlst mit der Arme, kannst du ein Bolero drüberziehen, um die Arme zu kaschieren. Genau. Was für ein Kaschieren, das sieht aus, als ob du nur eine Polypocket-Jacke so anhättest, ja? Und ich denke mir die ganze Zeit, was ziehe ich da an? Ja, ich kann nicht in so einem Anzug kommen. Ehe, wie unangenehm geht man in so einem Anzug, so zum Date, ja? Wie beim Bachelor. Gucken, welche der Bachelor? Ah, da sind die Assis. Sie, ach so, scheiße. Du hast ja deinen Bachelor schon gefunden, ne? Und dann sind doch immer die Frauen so aufgeregt, wenn die das erste Mal so aus dem Wagen steigen. Und da war letztens so eine, die war so aufgeregt, die musste die ganze Zeit lachen vor Aufregung. Die kam so raus. Und eine, die kam raus. Die hat gesungen. Wer geht singend zu einem Date und auch ihre Songauswahl? Spür die Sonne, das Meer von Mexico City. Pack die Koffer, ich zeig dir wohin. Hi, ich bin Christina. Häh, äh, hä? Aber RTL sagt halt nicht, boah, ist ja voll peinlich, voll cringe. RTL sagt, das war mutig. Genau. Das will ich sehen, dass ich singend zu einem Date gehe und der Kerl sagt, boah, das war so mutig. Ich hab da auch einen passenden Song, ja? Vielleicht kennen den einige von euch, der spiegelt mich total wieder. Mach's mir Doggy, mach's mir Doggy, mach's mir Doggy. Oh, sorry. Ich bin doch gelernter Musicaldarsteller. Ich muss das viel Musicalmäßiger singen. Du weißt genau, ich werde schwach, wenn du's mir von hinten machst. Mach's mir Doggy, wuff, mach's mir Doggy. Wuff, wuff, mach's mir Doggy. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Und wenn ihr jetzt Lust auf noch mehr Comedy-Videos habt von Generation Gag, dann abonniert den Kanal von 1Live. Ihr könnt natürlich auch fleißig kommentieren, was das Zeug hält. Genau.